Gekreuz BR Aber das ist doch vielleicht immer noch auf PvP-Servern Nicht mehr so, nein, fast nicht mehr Echt nicht? Jaja, ich hab ja immer noch auf PvP-Server gespielt, da war nix mehr Ah, okay Der ist jetzt komplett im Handelschat vertreten Ah Und der Aufzug rett, es packt auch keiner mehr im Handelschatte Und überhaupt dieser ganze Dungeon los Hm Ja, ne? Solange musstest du früher niesen Wenn du wirklich wo rein wolltest Dann hast du dich einfach von der Distanz gestellt, wenn du keinen Kopf gefunden hast Pfff Krass, ich hoffe, dass irgendjemand vorbeikommt und noch Platz hat Nach dem Motto, ach ich zieh mal an genug Hm, hm Heutzutage muss man dafür schon Und dann kann man sich äh Gold locker machen, wenn man irgendwo gezogen werden möchte Locker So, ich guck mal, was meine In-Schrift-Lakunde macht Wie weit bist du denn mit deiner Kräuter-Kunde da? Ja, ich bin von vorwärts gekommen Ja, doch Drei Punkte Drei Punkte Aber nur in Flensburg Ah, 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 ah Ja, mein Wolf ist schnell Du, punkt den Flensburg Kommt man schneller als man denkt Ja Nur wenn man nicht Auto fahren kann Nö Nur wenn dein Blitzer zu spät ziehst du Und der Drecks-Drecks-Scheiß-Ding im Bus sitzt und mobil ist Zurückfahren, umfahren und wieder weiterfahren Ja, aber Weißt du, die Klauenbrüche-Polizisten sind ja auch Achso, du meinst den Blitzer Ja, ich mein den Blitzer Okay, ich verlass mal die Gruppe